So, wir schießen. NPA Service Pistol Carry Gun, Station 1, 20 Meter, 6 Schüsse in 15 Sekunden auf die linke Scheibe. Dazu die Waffen fertig machen. Ist dein Schütze nicht fertig oder ist dein Schütze nicht fertig? Die Schützen sind fertig. Achtung! Station 2, wir schießen 6 Schüsse in 10 Sekunden auf die rechte Scheibe. Dazu die Waffen fertig machen. Station 2, wir schießen 6 Schüsse in 15 Sekunden auf die rechte Scheibe. Schließen, abschlagen, Röschlein. Für 2 Sekunden, in denen jeweils 2 Schüsse abzugeben sind. Dazu die Waffen fertig machen. Ist dein Schütze nicht fertig? Die Schützen sind fertig. Achtung! Achtung! Okay, schließen, holz dann. So, Station 4, 3 Meter, in unserem Fall 4. Wir schießen 6 Schüsse in 8 Sekunden, einhändiger Anschlag auf die rechte Scheibe. Dazu die Waffen laden und fertig machen. Ist dein Schütze nicht fertig? Die Schützen sind fertig. Achtung! 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 Achtung!